Wir machen heute eine Volley Challenge auf das Tor von Sören. Ihr beide habt 20 Versuche. Ich werfe den Ball auf den Rebounder. Ihr müsst den Ball sofort schießen. Derjenige, der die meisten Tore schießt, gewinnt das Ganze. Es gibt zwei Runden. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin gespannt. 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 Danke. Danke.